Wie starben eigentlich diese Harry Potter Charaktere? Das und mehr jetzt in diesem Video. Einige Todeszenen in Harry Potter sind wirklich sehr tragisch. Aber da einige Todeszenen aus den Filmen herausgehalten wurden und nicht jeder die Bücher gelesen hat, werde ich in diesem Video erklären, wie einige der Figuren gestorben sind. Also passt genau auf. Los geht's. Fangen wir an mit Remus und Tongs. Während der Schlacht von Hogwarts folgte Remus und auch Tongs dem Aufruf von Neville Longbottom zum Kampf. Tongs stimmte zunächst nicht zu, an der Schlacht teilzunehmen und blieb stattdessen bei ihrem Sohn Teddy. Aber schließlich konnte sie nicht mehr mit ansehen, wie ihr Mann sich in solche Gefahr begab ohne sie. Sie brachte Teddy zu ihrer Mutter und ging nach Hogwarts. Remus wurde zuletzt beim Duell mit dem Todesser Dollarhoff gesehen. Nach ein paar Minuten tötete Dollarhoff Remus, der nicht mehr in bester Kampfform war, da er monatelang Schutz und Verbergungszauber angewendet hatte, um seine Frau und seinen Sohn vor möglichen Angriffen der Todesser zu schützen. Er wurde während der ersten Hälfte der Schlacht im Hauptgebäude ermordet. Lupines Tod wurde von Phineas Nicholas gerecht, der Dollarhoff besiegte und ermordete. Tongs hingegen wurde von ihrer eigenen Tante Bellatrix getötet. Ihr Tod wurde jedoch von Molly Weasley gerecht, als sie ihrerseits Bellatrix tötete. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Fred Weasley. Auch er starb während der Schlacht von Hogwarts. Er und George Weasley wurden beauftragt, die Geheimgänge des Schlosses zu verteidigen. Fred wurde bei einer Explosion getötet. Das bringt mich zurück zu der Szene im Orden des Phönix, in der Dumbledore Harry erfolgreich vor Avada Kedavra rettet. In Wirklichkeit verwendet Dumbledore keine Art von Gegenfluch oder Gegenzauber. Er nutzt einfach seine magischen Fähigkeiten, um eine große goldene Statue zwischen Harry und das Avada Kedavra zu bringen, weil Avada Kedavra nämlich nicht von einem Zauber geblockt werden kann, aber durchaus von Gegenständen. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Peter Pettigrew. Sein Tod fand im Herrenhaus der Malfoys statt. Harry, Ron und die anderen waren im Keller gefangen, als Peter die Treppe hinunterging und die Tür öffnete. Er wurde von Ron und Harry angegriffen, die sich von ihren Fesseln befreit hatten. Ron gelang es, Peter den Zauberstab zu entreißen. Pettigrew begann Harry zu bedrohen, aber Harry erinnerte ihn daran, dass er ihm ein Leben lang etwas schuldig war, nachdem er Voldemort damals seine Hand gab. Als Pettigrew zögerte und sich erbarmte und Harry entkommen ließ, wandte sich die Hand von Voldemort gegen ihn und tötete ihn. Harry mochte Pettigrew wegen seiner Feigheit und seines Verrates natürlich nicht, empfand aber dennoch etwas Mitleid für die Art und Weise, wie er sterben musste. Vielleicht wäre er einer der wenigen, die Pettigrews Bedauern über seine Lebensentscheidungen akzeptierten. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Ariana Dumbledore. Sie war die einzige Schwester von Albus Dumbledore. Irgendwann kam Gellert Grindelwald nach Godric's Hollow, um bei seiner Großtante Bethilda Backshot zu wohnen, nachdem er aus dem Domstrang-Institut geworfen wurde. Albus und Gellert Grindelwald wurden schnell Freunde, denn sie beide waren äußerst talentiert und sehr ehrgeizig. Die beiden schmiedeten einen Plan, um die Zaubererwelt zu übernehmen und die Muggel zu unterwerfen. Aber Albus Bruder Aberforth war mit diesem Plan nicht ganz einverstanden und argumentierte, dass Ariana nicht in der Lage sei, bei der Verwirklichung ihrer Ziele mitzuhelfen. Grindelwald wurde sehr wütend und es kam zu einem Dreier-Duell zwischen ihm, Albus und Aberforth. Ariana, die zu diesem Zeitpunkt etwa 14 Jahre alt war und ihre Magie nicht kontrollieren konnte, versuchte den Kampf zu verhindern und wurde dabei versehentlich getötet. Es wurde nie wirklich bekannt, welcher der drei Zauberer direkt für ihren Tod verantwortlich war. Aberforth hat seinem Bruder aber nie verziehen. Seine Beteiligung an ihrem Tod und auch Albus Dumbledore war nie in der Lage, sich selber zu verzeihen. Als nächstes haben wir Gellert Grindelwald. Nachdem Grindelwald von Dumbledore besiegt wurde, brachte Dumbledore ihn zunächst zu den Behörden der Magischen Welt, was dazu führte, dass Grindelwald in einer Zelle des Gefängnisses von Normengard eingesperrt wurde. 1998, 53 Jahre nach seiner Niederlage, wachte Grindelwald auf und fand Voldemort in seiner Gefängniszelle, der auf der Suche nach dem Elderstab für sich selbst war. Der Dunkle Lord erwartete Angst und Überraschung, war aber selbst überrascht, einen Grindelwald vorzufinden, der nicht nur furchtlos war, sondern auch seinen Besuch schon vor einiger Zeit erwartet hatte. Obwohl er unbewaffnet und wehrlos gegen den mächtigsten dunklen Zauberer war, weigerte sich Grindelwald, den Aufenthaltsort des Elderstabes preiszugeben und machte sich über Lord Voldemort lustig. Er beschloss den Elderstab vor Lord Voldemort zu schützen, um eine gewisse Erlösung zu erlangen. Voldemort beendete Grindelwalds Leben mit einem Tötungsfluch. Man glaubte, dass Grindelwald sein Leben gegeben hatte, um Voldemort daran zu hindern, den Zauberstab zu entweihen oder zu verhindern, dass Dumbledores Grab geschändet werden könnte. Dies könnte darauf hinweisen, dass Grindelwald trotz allem, was passiert ist, immer noch einen gewissen Respekt vor seinem alten Freund Albus Dumbledore bewahrt hat. Als nächstes auf der Liste haben wir Alistar Mad-Eye Moody. Während des Fluges der sieben Potters waren Harry Potter, Mad-Eye Moody und Mandanges Fletcher auf dem Weg nach Norden, als Voldemort sich nährte. Er flog direkt auf sie zu, da er glaubte, Harry würde fliehen. Fletcher geriet in Panik und schrie auf, während Moody versuchte ihn aufzuhalten. Doch in einem Moment der Unachtsamkeit ließ Moody seine Wachsamkeit nach und wurde dadurch verwundbar für einen Angriff. In dem Moment, als er sich entspannte, schließ Voldemort einen tödlichen Fluch aus, der Moody ins Gesicht traf. Moody stürzte rückwärts von seinem Besen und fiel etwa 1000 Fuß tief, ohne seinen Zauberstab, was seinen Tod zur Gewissheit machte. Bill und Lupin meldeten sich freiwillig, um Moody's Leiche zu suchen und ihn ordentlich zu beerdigen, aber sie konnten keine Spur von ihm finden. Später, nachdem Harry Moody's magisches Auge aus Umbridges Büro gestohlen hatte, begab er sich in den Wald und suchte nach dem ältersten und knorrigsten Baum, den er finden konnte. Dort vergrub er das Auge, um Moody ein angemessenes Begräbnis zu geben, soweit es möglich war. Natürlich fanden sie nie seine Leiche, aber sein Auge zählte so für ihn, für seinen Charakter irgendwie mit, also von daher war das schon irgendwie ein anständiges Begräbnis. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Helena Ravenclaw. Sie war die Tochter von Ravina Ravenclaw, einer der Gründerinnen von Hogwarts. Helena stand immer im Schatten ihrer Mutter und sehnte sich nach deren Klugheit und Bedeutung. Als Helena noch auf der Schule war, stahl sie aus Eifersucht das Diadem ihrer Mutter und floh für immer aus Schottland. Sie glaubte, dass der Gegenstand ihr helfen könnte, klug genug zu werden, um ihre Mutter zu übertreffen. Ravina schämte sich so sehr für das Fehlverhalten ihrer Tochter, dass sie die Geschichte nie wirklich zugab und verheimlichte, dass das Diadem nicht mehr in ihrem Besitz war. Auf dem Sterbebett bat Ravina Ravenclaw den blutigen Baron, den Helena wirklich gar nicht schätzte, aber der in sie verliebt war, ihre Tochter zu finden und ihr das Diadem zurückzubringen. Damit sie sie ein letztes Mal sehen konnte. Helena versuchte, sich vor ihm zu verstecken, aber der Baron spürte sie in einem Wald in Albanien auf. Als sie hörte, wie der Baron durch den Wald auf sie zukam, versteckte sie das Diadem in einem Baum. Helena weigerte sich, den Baron zu begleiten und aus Wut über ihre Weigerung und Eifersucht auf ihre Freiheit stach der Baron sie in einem Wutanfall mit einem Messer nieder. Als er sah, was er getan hatte, bereute er seine Tat und erstarrte in sich und beide starben gemeinsam. Helena kehrte als Geist von den Toten zurück und erhielt daraufhin den Spitznamen Die Graue Dame. Als sie dann diesen Spitznamen hatte, wurde sie zum Hausgeist ihres ehemaligen Hauses Ravenclaw. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter wissen.